hallo freunde willkommen zurück hallo hallo wir haben vor mal borsche spinne zu jagen und es gibt es sollten trick gehen durch die rückseite drauf zu schießen wird das geht gut oder richtig schief okay der erste schuss zu gehen daneben die ist raus okay weg rennen das wort können wir ja schon das ist scheiße na gut wenn ich sowieso sterbe kann ich sie auch ankratzen wieso wirst du sterben ja weil vergiftet und alles hat sie dich schon so weit gedamaged oder was siehst du aber ich habe schon ein bisschen was weg sie geht weg auch vielleicht kannst du mich holen die ist wieder in ihrem bau dann müssen wir ein besseres fenster die ist ja direkt zu mir gekommen ja ja echt ehrlich jetzt wie viel sind das für zwei ja schreibe ich nicht an kommen ja schon ja ich hatte hier so eine kleine ich versuche von hier hat sich wieder erholt im moment trifft ich noch nicht du bist zu nah glaube ich okay ledig um die kommt ist immer noch hinter mir nee warum kann ich denn nicht schnell rennen weil ich nicht wahrscheinlich weil ich halb krankheit runter ist aber die ist ja verdammt schnell ja jetzt ist es bei dir bist du in ihrem bau die ist wieder völlig gesund ja aber die kommen nicht kann ich ja nicht dran die kommen ich ja nicht dran lebst du eigentlich noch ich lebe noch ja ja was für eine frage okay so mag es gehen ach du bist da in die blätter ja wenn du einen großen bogen dass du dich nicht triggerst mit zu mir reinkommst okay bis auf der seite okay ich bin vergiftet ja aber weiter schießen stück zurück sonst musst du eine bombe zünden bist du auch ja ja der hat mich auch getroffen hast du eine bombe zündet ja wenn ich die zeit finde ich muss erst die dings ablegen ja du musst aber schnell machen ich bin tot alles klar ja entweder du kannst mich holen oder du machst erst mal fertig du komm schieß doch boah ein schuss noch die ist tot wo bist du hier ja max helfen oh das war aber knapp okay so jetzt ich das war das restgift das hier noch ach so ja ich habe sachen gekriegt ich weiß aber nicht jetzt was was du nicht mitbekommen hast dass hier in dem stein der in der mitte ist steckte eine klinge was für eine klinge diese hier verrottete larvenklinge oh die muss ich aber erst analysieren aber im großen ganzen ja erste woche spinnen warte noch mal noch mal eine bombe werfen für uns beide ja moment ich sammle mal die ganze feine oh ja das sind noch welche gut unser erster woche spinnen mehr als glücklich ich guck mal was ich gekriegt habe von der woche spinnen oh irgend so ein tropf zwei von dieser stachel ich habe da gar nichts und für den bogen wie viel brauchten wir also ein bogen können wir bauen ein nur ja na gut ist so eine bombe zünden ja was werden wir auf dich gewartet dann habe ich das meine letzte dann nicht ich habe sie wieder weg gesteckt aber so da wollen wir schon mal die erste woche spinnen das ist mal gucken ob wir noch also der tipp der war nicht der beste ne naja es kommt vielleicht darauf an welchen baumann meint weiss ich dass manche vielleicht ein bisschen günstiger aber sonst hier brauche ich ja keine belohnung mehr oder weniger da steckt ja überall feine hier drin ja noch schon am sammeln das sehe ich jetzt nicht da ist sonst nichts tolles ne ist das jetzt den bau die ich meinte oder gibt es noch ein das hier eine weitere ok das ist die bombardier kiffer gebiete lassen wir gucken wo wir die andere wochen gesehen haben wir in frei vielleicht schaffen wir auch auf blätter zu klettern dass sie uns nicht erreicht jetzt sind wir mutig wenn sie war mutig ob das was bringt das glaube ich eigentlich da nicht ja die entgebung wir wollen das viel her wir müssen erhöhte wo sie ist das ein zahn ich brauche noch einen um zwei punkte und zwei punkte ding zu vergeben auf blätter kann man scheinbar nicht klettern so ich habe mir noch ein paar verbände gemacht auf blätter da wird es uns auch runter herunter schubsen angeblich nicht die dinger leben hier kann man nicht hoch oder das wäre ein sonntagsschuss die spinne von hier aus gibt keine ahnung und die idee dass das gestrub hier ist nicht dicht genug das ist die auffällt nicht die kommt dadurch ja was tun ja auf den stein versuchen warte mal Da brauchen wir eine Kraut. Was hast du gefunden? So eine Uhr wieder. Nein, ich vertue mich eh mal. Aber irgendwo war so ein Unkraut, so ein dickeres Unkraut. Bestimmt. Dann könnten wir auf den Stein klettern. Ja, und von da könnte man... Wenigstens mal einmal treffen, dann kommt sie ja. Ja, 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 ja. Und ich vermute mal die... Ach, das ist ja gut. Nee, da lang nicht. Aber wenn du mal was suchst, ne? Ein Efeu oder sowas. Ja, und die brauchen eine Werkzeugstufe 3. Sonst darfst du mal hier gucken, nach einer anderen Bob-Spinne. Ab ich. Ich hab nur was mit dem Kraut. Baum fällt. Wenn dich dann hoch genug ist. Äh, ich weiß nicht mehr. Zwei oder drei. So. Reichen die? Ich hab nämlich noch eins. Ja. Ja. Was, ja? Ja, reicht nicht. Okay. Ach, hier umkommt sie niemals. Aber... Ich seh die nicht mehr. What? Nee, die ist da. Ja. Ja, aber guck mal, wo ich bin. Hallo. Äh, ja. Ich denk, du wolltest das hier bauen. Ja. Ist aber nicht. Äh, doch, doch. Bei mir nicht. Bei dir nicht. Du kannst aber trotzdem drauf springen. Nee, ich fall durch. Ehrlich? Mhm. Da ist aber da, guck mal. Ja, ich seh's bei dir. Aber... Für mich nicht. Äh... Drück mal X. Ja, lang. Ach, guck mal. So. Aber ich fall trotzdem durch. Warum hast du nur um kein Blätter draufgelegt? Das reicht, wenn du am Rand stehst. Meine Idee war jetzt, dass ich die Glocke und dann schnell hoch springe, weißt du? Ja, dann spring du schon mal hoch, ich schieße einmal drauf. So. Wenn der Schuss ankommt. Jo. Schnell, 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 komm hoch. Okay, wenn ich schnell gehen muss. Okay, ich klem da drin fest. Ja. Die kommt hoch. Oh mein Gott, aber ich bin jetzt wieder hier zu drehen. Oh. Ah, bist du wieder da drin gelandet? Ja. Die ist hochgesprungen. Aber die ist schon halbtot. aus. Das ist hochgesprungen. Auf. 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 Ja, mega. Nimm du's auf, weil... Ich hab nur eins gekriegt. Wir können immer noch keine zwei Bögen machen. Okay. Hallo. Rettung, soll ich dir das move vor Ort? Ja. Ja, wo ich vergisst, das habe ich mir drei Verbände reingehauen. So. So. Aber die Riegel, die macht das Gesundheit hoch, ne? Ehrlich? Ich dachte, die taugen irgendwie gar nichts. Guck mal, ich habe meine Gesundheit voll. Weil... So, äh, ja. Ich habe nur... Was ist mit dem, mit dem, äh... Wo war die? Spinne? Welche? Weil da war doch der Zahn. Ach jo. Stimmt. Gut, dass du das sagst. Äh, hier lang. An der Wand. Jo. Okay, den Blatt ist irgendwie doch, äh, nicht schlecht gewesen. Das gilt für uns beide, ne? Ja. Ah ja, genau, genau. Das heißt, wir müssen noch irgendwo... Nochmal eine. Ja, der Schuss war besser als der Sprung, ne? Und da kam ich nicht raus aus dem Gerüst. Ich habe da drin geklemmt. Das ist doch irgendwie immer so. Wenn man es dann eilig hat, dann geht es nicht. Äh, an dem Eichenbaum, das sind noch welche. Beziehungsweise in dem Blumentopf. Äh, lass mich mal dieses Messer analysieren kurz. Du hast doch bestimmt auch noch was, ne? Ja, sicher. Die von der Wurfspinne. Nee. Da. Ja, ne, voll. Leute, lasst mich doch in Ruhe. Oh, schwarzen Ameisenschwert, schwarzen Ameisenschild. Und irgendeine Tropf. Giftpfeil. Haben wir auch gelernt. Hm. 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 So, jetzt habe ich zwei. Maximale Gesundheit. Hm. Noch mehr Gesundheit? Nee, ich habe Heilung, habe ich ein bisschen. Hast du das auch ausgegeben? Äh. Oder hast du nur eins? Ich habe nur eins. Achso, ich habe extra gespart. Ich habe zwei. Ich habe nur eins, weil... Ja, eins, da musst du noch ein bisschen warten. Ja, Heilung hatte ich schon investiert. Hm. Ja. Wir wollten das Teifel 5.000 holen, ne? Das hier, ne? Empfohl. Gibt was empfohlen? Nein. Dann walte ich die Punkte. Hm. 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 So. Gehen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch am... ... ... ... ... ... ... Wo bist du? Na. Ich habe keinen... Für Verbände, weißt du? Das ist doch immer alles ein bisschen kritisch. Glücks. Jo. Das war aber ein Overkill. Haha. Okay, ich komme. Weil hier ist ein Giftkäfer. Einfach weiter durch. Ja. Wo ist denn der Eichelbaum? Also, normale sind wir aber beim Eichelbaum, müssten wir mal so eine gute Posi finden. Da gibt es eigentlich immer was Obwohl die auch da überall hochkommen Bin erschöpft Hattest du nicht was rausgegeben für Regeneration? Ne, aber Gesundheit nicht Nicht Ausdauer Achso Es wird schon wieder Nacht Neben dem Labor ist da doch auch so eine Spinnenhöhle ne? Ja, meinst du die hier? Ja So, so zwei Stücke Glückwunsch Wenn du irgendwas bauen, kommt die da durch? Das müsste aber dicht gebaut werden Und man könnte ja auch mal eine Bombe reinschmeißen Ich habe aber keins Ich habe aber Auch keins Okay Habe ich abgelegt Hm, was schwebt dir da vor mit Bauen? Äh, so zwei Zäune von den Zäune? Äh, Fundament Mhm, mhm Ja Aber die macht das bestimmt mit 0, nix kaputt Aber irgendwo hier ist so ein Bett Das weiß ich nicht mehr Brauch mal nur Kleeblatt, ne? Da kann man eben schnell schlafen Guckst du mal, was ich mir noch für ein Bett brauche? Mhm, warte Ich bin es gerade nicht Jetzt zieh mich am, äh, äh, nicht Hier? Ja Nee Nee, dann ein zweiter Da, einfach erzählt Drei Kleeblätter und zwei Sprösslinge Okay, ich habe alles Ja, dann mach mal Stern war blockiert, da so aber nur zum schlafen ja ja kein grüßbohnen oder können wir ja machen wenn man wieder zu das muss wieder zurück schaden kann es auf alle fälle nicht machen lassen wir machen ja zu hause machen es wieder rückgängig so ja die frage ist die frage ist man hat doch hier oben auch so geile gott kommt man hoch möglichkeit drauf zu stehen ja das meinte ich aber man kommt eben nicht hoch wenn ich hier drauf schießen da muss ich hier rüber hier drauf springen ja und wenn du hektik hast dann bin ich um weil die sind ja auch so mega schnell ja und wenn man dann weitergeht bis da hoch wenn du schon hier bist dann kommt die nicht rüber und ich glaube nicht dass sie aber vielleicht die kleine käfer macht das für uns ach gucke mal der krabbel gerade da rein ja schießt mal dann und dann wird die schon gebremst und weg hier 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 die schiebt schieben mich immer wieder runter ja kannst du schießen ich schon die ganze zeit ist noch das sind noch zwei drin ja jetzt so schlimm die kommen nicht hoch ja beziehungsweise der erste sprung hat nicht ich bin wieder da und schon mal rucksack holen aber ich würde mich anmischen weil die ist total offenbar ja ich bleibe stehen ich habe so nur noch nur ein pfeil weil ich meine rucksack da unter ihr steht super machst du das ich höre aber komische geräusche bei mir aufhör ich noch eine spinne und du wirst immer beschossen mit dass ich bin seite ja ja ich habe eine leere mann ich kann mich ja voll erholt aber ja ja voll ja ich habe ja doch munition die hat die irgendwo die ist nicht im rucksack die ganze pfeile so haben wir denn jetzt alles ich habe momenten ich habe jetzt hier das stimmt voll geiles zeug da drin in der spinnenhöhle ok dann was sind wir die ganze pfeile einsammeln ich gehe mal langsam rein schleich mal wirklich ich sehe aber nur noch eins hier drin ja und die schläft ehrlich ist kann ich sie kann zahn oder jeden was eine wand zu sprengen gibt es hier da kommt der marienkäfer wieder es gibt eine wand zu sprengen aber wenn du da springt dann ist die spinne wach meinst du so wir gehen aber erstmal nach hause wir bauen die zwei bürgen wir nehmen sprengsatz mit und wir kommen zurück bis zum nächsten mal tschau tschau